Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meiner Bücherwoche. Ja, wir sind tatsächlich heute am Valentinstagssonntag zusammengekommen sozusagen. Ich habe es gestern zeitlich nicht geschafft, das Video zu drehen und wollte auch eines der Bücher noch beenden, was ich heute früh getan habe. Und so kann ich euch heute zwei Bücher vorstellen. Wir werden beginnen mit die Traumknüpfer von Caroline Wahl, was ich in einer Leserunde gelesen habe. Und weiter geht es dann mit Zorn und Morgenröte von René Adi. Ja, ich würde sagen, so spricht man das aus. Ein Buch, was jetzt ganz aktuell diese Woche auch erschienen ist. Und ja, beide Bücher, wann ich damit loslege, findet ihr unten in der Infobox. Und dann werde ich noch was von dem Valentinst-Special hier auf YouTube erzählen. Und ich habe dann auch noch eins meiner Mind-Magazine diese Woche gelesen. Und ich denke, wir fangen einfach erst mal an mit den Büchern, bevor dann das restliche Blabla sozusagen kommt. Und starten, wie angesprochen, mit die Traumknüpfer von Caroline Wahl, erschienen im Heine Verlag. Kostet als, ja, Broschierte Taschenbuchausgabe, wie auch immer man das nennen möchte, 13,99 Euro. Ist ein Debüt-High-Fantasy-Roman mit etwas über 700 Seiten. Und hat wunderschön gestaltetes Cover, wie ich finde. Und enthält dann innen drin auch eine Karte von der Welt, in der wir leben. Und diese Welt ist sehr interessant aufgebaut. Wir haben, ja, vier Jahreszeiten Reiche, also ein Sommerreich, Frühlingsreich und so weiter. Und wir haben eben auch Herrscher in diesen Reichen. Und Sommerfrühling wird beherrscht von Frauen, von Königinnen und Herbst und Winter von Männern. Und das ist eben einfach so. Warum auch immer, das muss man dann lesen. Und diese ganze Welt entstand durch Götter, denn auch jedes Reich hat seinen speziellen Gott. Und die Götter waren früher sehr präsent auf der Welt, haben dann auch mit Menschen, ja, im Grunde Halbgötter gezeugt. Und diese Halbgötter sind aber sehr, sehr wenige geworden. Denn die Menschen haben sich irgendwann gegen die Götter mehr oder weniger gewehrt. Beziehungsweise gegen die gehobene Klasse der besonderen Menschen, die eben auch besondere Gaben haben. Und die Götter haben gespürt, dass das Reich, dass die Welt zerbricht. Und eine Göttin, Udina, hat, ja, träumt und schläft. Das schon seit Jahrhunderten. Und dieser Schlaf darf nicht unterbrochen werden, denn ihr Traum hält die Welt zusammen. Und sie knüpft sozusagen das Leben in diesem Reich. Daher auch der Titel. Und das finde ich eine wunderschöne Idee. Also das gleich vorneweg, diese Idee ist wirklich absolut gelungen. Hat sehr viel Spaß und sehr viel Ideenreichtum auch im Kopf bei mir im Grunde ausgelöst. Und ich finde das wirklich toll, was sich Caroline Wahl da als Grundgedanken hat einfallen lassen. Ja, was können denn die Menschen vom verlorenen Volk? So werden sie genannt. Es gibt zum Beispiel die Seelensänger, die mit ihrem Gesang Erinnerungen wieder aufleben lassen. Oder ja, auch ein bisschen das Leben oder die Gedanken beeinflussen können. Es gibt Ortswandler. Hießen die so? Weltenwandler. Oder Wanderer. Weltenwanderer entschuldigt. Und die können eben von Ort zu Ort an jedem beliebigen Ort reisen, wo sie schon mal waren. Beziehungsweise von diesem Ort, wo sie einen Gegenstand haben. Und dann gibt es noch irgendwas Drittes. Ja, das ist natürlich Traumtrinker. Die Traumtrinker waren das. Das ist auch einer unserer Protagonisten. Ein Traumtrinker, der eben Macht und Magie aus den Träumen anderer Menschen saugen kann. Und damit eben, ja, das einfach sich ein bisschen stärkt. Und ja, das im Grunde wie Nahrung sieht. Also ja. Wir haben zwei mehr oder weniger Geschichtenstränge. Zumindest zwei Protagonisten. Wir haben einmal Kanael. Also wie man auch so sieht, wunderschöne Namen, die ich absolut gelungen finde. Und ich liebe das in High Fantasy Büchern, wenn eben auch die Namen ein bisschen außergewöhnlicher sind. Und Kanael ist der Sohn des Königs. Und ja, er entdeckt, dass die Amme seiner Schwester, dass sie eine Seelensängerin ist. Seine Schwester erzählt ihm, dass er sie gesungen hat. Und singen ist eben verboten in diesen Reichen. Eben genau aus diesem Grund, weil man weiß nie, wer da singt. Und in diesem Moment, wo er dann die Stimme von Wolkenlied hört, so ist der Name der Dienerin, merkt er irgendwie kommen Erinnerungen wieder. Und ihm wird schlagartig mehr oder weniger klar, dass er ein Traumtrinker ist. Und dass somit irgendwie auch seine Herkunft nicht ganz richtig ist. Denn sein Vater ist definitiv keiner vom verlorenen Volk. Denn diese Menschen erkennt man an einem Zeichen am Rücken. Und kann die dadurch im Grunde auch wiedererkennen und sich gegenseitig sozusagen auch beweisen, dass man zum verlorenen Volk gehört und man auf der gleichen Seite steht. Er hat dann einen Traum, dass er Odina eben beschützen muss, ihren Traum, ihren Schlaf. Und dass er unterwegs auf Navaya treffen wird und es mit ihr eben auch etwas auf sich hat. Und das ist dann auch schon der zweite Geschichtenstrang. Während sich Kanael auf die Reise begibt zur Traumknüpferin, treffen wir Navaya, die eben auch zum verlorenen Volk gehört. Deren Vater umgebracht wurde und sie nach Rache strebt und sich einfach wirklich rächen möchte an dem Tod ihres Vaters, an dem ganzen Dorf, was da irgendwie niedergemetzelt wurde. Und sie trifft unterwegs unterschiedlichste Charaktere, die mal gut, mal böse sind, ganz klar. Und sie kommt ihrer Rache immer etwas näher und auch dem Geheimnis zwischen ihr und Kanael wird natürlich ein bisschen interessant gestaltet. Zwischendurch treffen wir viele Charaktere, wie zum Beispiel eben auch Erwolkenlied oder wir haben auch den guten Freund Aschkin. Hies er so. Ja, ich habe es ja immer nicht so mit Namen. Deswegen, wenn ich die dann mal so zwei Tage nicht mehr gehört habe, ist es immer schwierig. Und ja, wunderbare Charaktere dabei, die einen überraschen. Keiner ist sicher. Gibt auch durchaus Dinge, die passieren, woran man nicht gedacht hätte. Es war ein wunderbarer Fantasy-Roman. Ich habe da drin mich wirklich verloren. Ich fand die Welt, wie sie aufgebaut war, bildhaft, lebendig, echt. Man hat Emotionen gespürt. Man hat die Geschichte, die Reise, man war da mit unterwegs. Man hat die Orte beschrieben bekommen. Wunder, wunderbar, wie das in Worte gefasst wurde. Und das hat wirklich unglaublichen Spaß gemacht. Anfangs hatte ich ein bisschen meine Probleme mit der Sprache, weil ich von einem High-Fantasy-Roman ja so ein bisschen auch ältere Sprache erwarte und es auch eigentlich so begonnen hat. Und zwischendrin aber mal sehr moderne Wörter wie importieren und Nachtschicht zum Beispiel drin waren. Die habe ich mir mal rausgeschrieben. Das war anfangs so ein bisschen stolprig. Das hat mich am Anfang ein bisschen innehalten lassen, so beim Lesen, wo ich dann dachte, das passt für mich irgendwie nicht zusammen, weil importieren ist für mich halt doch schon ein sehr modernes Wort. Und da gab es eben einige Abschnitte. Das hat sich aber gefühlt dann irgendwie gelegt. Vielleicht war es auch einfach dann, dass ich mich daran gewöhnt hatte. Das war so anfangs, wo ich dachte, so die ersten paar Seiten, das war so ein bisschen, hat ein bisschen gedauert, bis man drin war. Aber wenn man dann drin war, war es wirklich der Hammer. Es war super spannend. Es war packend. Es hat diese verschiedenen Blickwinkel auf die Geschichte, waren wunderbar ausgearbeitet. Man hatte wirklich das Gefühl, man begleitet diese Menschen und ist mit ihnen unterwegs und will dieses Geheimnis, dieses Traumknüpfer und der Götter und des verlorenen Volkes dann eben auch wirklich lösen. Und das hat unglaublich viel, viel Spaß gemacht. Und auch, dass eben Dinge passieren, mit denen man nicht rechnet. Ja, damit hatte mich Caroline Wahl einfach, weil das unglaublich viel Spaß eben auch einfach beim Lesen gemacht hat. Es gab unglaublich traurige Momente, bei denen ich tatsächlich Tränchen in den Augen hatte. Jetzt kann man sagen, ja, die Steffi heult ja ständig mal. Ja, das ist definitiv so. Ich bin nah am Wasser gebaut. Aber mich hat diese Geschichte an Stellen eben auch berührt, wo ich wirklich mitgenommen war und mal kurz schluchzen musste. Es gab aber natürlich auch Sachen zum Lachen. Also es ist wirklich so alles an Spektrumgefühlen mit dabei. Und wenn mich eben ein Buch zum Wein bringt, dann hat es irgendwas absolut richtig gemacht. Ich habe auch mal noch ein schönes Zitat mit rausgeschrieben, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Im Herzen sind alle Menschen gleich, ob alt oder jung, es spielt keine Rolle. Sie suchen nur nach einem Ort, an dem sie wieder Kind sein dürfen. Und ich fand das wunderbar und es hat einfach so perfekt gepasst zu dem Moment in dem Buch. Und ich glaube, es passt auch einfach zu uns Menschen zum großen Teil einfach perfekt, weil wir sind doch alle gerne im Herzen Kind. Und ich glaube, bei so einer Geschichte ist es eben wie auch, als man das erste Mal vielleicht durch die inendliche Geschichte geritten ist mit Atreo und Bastian und Aufucho. Es hat einen einfach begeistert. Also ich fand die Geschichte wunderbar, die Gefühle, die sie ausgelöst hat. Das Ende war ganz anders, als ich es dann erwartet habe. Es war für mich ein absolut gelungenes Ende. Gerade der Geschichtenstrang von Kanae, der hat mich absolut begeistert und mitgerissen. Die Geschichte von Navia nimmt am Ende ein bisschen einen Weg, der nicht ganz mein Weg gewesen wäre, wo ich denke, das hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können. Aber insgesamt wirklich ein toller High Fantasy Roman. Und wer sowas gerne liest, wird hier seinen absoluten Spaß haben und kann das Lesen von diesem Buch mit diesem wunderschönen Cover dann eben auch einfach genießen. Absolut empfehlenswert. Und ich habe das ja in der Leserunde gelesen und ich fand es eben auch ganz, ganz toll, da dann auch zu lesen, was andere zu den Leseabschnitten sagen. Also ich lese den Leseabschnitt, schreibe dann eigentlich meine Gedanken nieder und lese dann bei den anderen und kommentiere da auch gerne mal. Und das werde ich heute noch so ein bisschen nachholen. Heute habe ich ein bisschen mehr Zeit, was so jetzt die anderen nach mir da noch geschrieben haben. Und das macht besonders Spaß. Also ich mag gemeinsames Lesen wirklich gerne, egal ob bei Lovely Books oder auch mit anderen Leuten. Das macht irgendwie Spaß, wenn man sich zwischendrin austauschen kann. Und man muss dabei auch gar nicht einer Meinung sein, sondern gerade so gegensätzliche Meinungen finde ich immer interessant, weil man dann eben einfach auch mal was vielleicht bemerkt und sieht, was einem vorher gar nicht aufgefallen ist. Also alles in allem kann ich gemeinsames Lesen absolut nur empfehlen und die Traumknüpfer eben auch. Und das nächste Buch wurde mir von One Verlag zur Verfügung gestellt und ist bei mir eingetrudelt. Zorn und Morgenröte von René Ady. Ja, hat knapp 394 Seiten. Jetzt habe ich mir den Preis gar nicht rausgeschrieben. Ich glaube, ich habe hier auch keinen Preis. Ja, aber findet ihr unten auf jeden Fall die Info in der Infobox. Also es ist ein wunderschönes Cover, wie ich finde. Und durch diesen blauen Farbverlauf könnte man schon erahnen, dass es in den Orient geht. Und ja, also ich fand das Cover toll. Ich fand die Idee beim Klappentext toll. Und als es dann bei mir eingetrudelt ist, fand ich es natürlich noch toller und finde es wirklich optisch ein absolut schönes Buch. Ja, wo sind wir? Wir sind in Khorasan. Das ist irgendwo im Orient. Ich glaube gar nicht, ob es detaillierter beschrieben wird, wo wir hier sind. Ich glaube, es ist im Grunde... Ich weiß gar nicht, gibt es Khorasan wirklich? Ich glaube ja nicht. Also von daher, wir sind auf jeden Fall dort. Und wir sind in einer Welt, wo ein Kalif herrscht. Ein relativ junger, ich glaube 18, 19 Jahre ist er. Und ein sehr brutaler und scheinbar sadistischer Kalif herrscht. Der ziemlich jeden Tag irgendwie eine Frau hat, die heiratet, eine Nacht mit ihr verbringt und sie vor der Morgenröte dann eben umbringen lässt. Und Scharzad... Scharzad? Scharzade? Ach, ich habe es nicht mit Namen. Das ist wirklich ganz schlimm. Ja, aber ich glaube Scharzad. Also sie wird auch liebevoll von allen Scharzi genannt, was ich um einiges besser fand. Nein, Scharzad ist schon richtig. Scharzad, ein junges Mädchen, hat ihre beste Freundin an den Kalifen verloren und will Rache. Und sie meldet sich freiwillig als Braut des Kalifen. Und das ist sehr ungewöhnlich, weil man weiß ja eigentlich genau, was mit den Bräuten dann eben passiert. Und sie möchte ihn aber eigentlich töten. Sie geht los, Rache zu nehmen und versucht eben auch Zeit zu schinden und beginnt in der ersten Nacht eben mit einer Geschichte. Und sie hört mittendrin auf. Und der Kalif ist so davon, ja, überrascht und auch wahrscheinlich schon so ein bisschen von der Stärke, die sie ausstrahlt, dass er sie eine Nacht lang leben lässt. Und eben in der nächsten Nacht wiederkommt und sich wieder eine Geschichte oder die weitere Geschichte erzählen lässt. Und ich hatte hier im Grunde eigentlich gehofft, dass uns viele dieser Geschichten erzählt werden aus dem Orient. Und leider waren es, glaube ich, auch nur drei, vier Abende, an denen Scharzad Geschichten erzählt, was ich wirklich ein bisschen kurz und wenig fand. Was halt dann schon natürlich an tausend, also an Alibaba und so erinnert hat. An tausend und eine Nacht, wie man so als Kind gerne diese Märchen gehört und gelesen hat. Und es kommt aber so, wie ich es nicht erwartet habe und vielleicht bin ich auch wirklich die Einzige, die das nicht erwartet hat. Scharzad verliebt sich in den Kalifen und hat tatsächlich Gefühle für ihn und will jetzt auch, dass er Gefühle für sie hat und spürt, dass zwischen den beiden etwas ist. Und allein, dass er sie dann eben nicht töten lässt und sie dann im Grunde auch zu beschützen versucht, zeigt, dass auch sie für ihn etwas ganz Besonderes sein muss. Und jetzt geht es dann mehr oder weniger nur noch darum, das Geheimnis herauszufinden, warum der Kalif diese Frauen vorher hat umbringen lassen. Warum er sie hat töten lassen, warum er diesen sadistischen und ja doch sehr unmenschlichen Ruf hat, was da dahinter steckt. Und sie möchte eben diese Tür in sein Geheimnis öffnen und ja, das passiert natürlich dann auch. Und ja, das müsst ihr dann am Ende natürlich selbst lesen. Was ich absolut positiv fand, war das Setting der Geschichte. Ich mochte diesen orientalischen Stil. Ich mochte es, wie uns diese Welt näher gebracht wurde. Ich mochte so ein bisschen die Gebräuchlichkeiten. Ich mochte die Sprache, die darin verwendet wurde. Es war alles so ein bisschen exotisch und anders, was natürlich auch an der Autorin liegt, die ich glaube auch aus dieser Richtung kommt. Ja, ursprünglich aus Südkorea und jetzt in North Carolina wohnt. Und man spürt einfach, wo sie ein bisschen herkommt, ihre Richtung. Und dass sie, glaube ich, gerne einfach so ihre Richtung ein bisschen näher bringen wollte. Und das ist einfach wunderschön. Es ist so ein bisschen moderne, bezaubernde Genie und eben Alibaba und die 40 Räuber. Und das ist einfach ganz, ganz toll gewesen. Auch dieser Prunk von dem Palast. Und es hat eigentlich nur noch gefehlt, dass irgendwo der weise Löwe von Jasmin umher schwirrt und ein fliegender Teppich umhergeht. Und ja, also das fand ich absolut toll. Ich mochte auch die Sprache. Auch wenn man natürlich mit den Namen schon manchmal seine Probleme hatte, weil man natürlich sehr selten im wahren Leben, zumindest ich, auf orientalische Namen oder Begrifflichkeiten trifft. Es ist aber sehr schön. Es gibt ein Glossar. Man kann da also auch nachlesen, was zum Beispiel manche Abkürzungen bedeuten oder manche Ehrerbietungen, was da dahinter steckt. Und das fand ich sehr schön. Also es hat absolut geholfen. Und so manches kam mir eben auch selbst bekannt vor, wo ich so dachte, okay, das kennst du aus dem arabischen Raum eben auch einfach. Auch wenn man schon mal in Ägypten, Tunesien oder so war, hat man das schon mal gehört und sich natürlich erklären lassen. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Das war wirklich ein bisschen wie Urlaub und wie wenn man einfach in eine ganz andere Welt eintaucht. Leider kam ich aber mit der Protagonistin nicht klar. Scherzad war für mich ganz anders, als ich sie erwartet habe. Während ich sie am Anfang noch absolut toll fand, mutig und dass sie da Rache üben will und dass sie hinter dieses Geheimnis kommen will und dass sie sogar mit dem Gedanken eben eigentlich spielt, den Kalifen zu töten, dachte ich, ja, und jetzt gehen die Intrigen los. Jetzt wird sie über zig Wege und Diener und Spione versuchen, hinter das Geheimnis zu kommen und wird ihn vielleicht mit geballter Frauenkraft einfach daran hindern, sie umzubringen. Und dann passierte etwas, womit ich eben wirklich nicht gerechnet habe, sie hat sich in ihn verliebt. Und das war für mich total absurd. Das waren die ersten Momente, wo ich schon dachte, okay, wo geht diese Geschichte denn hin? Denn es ist etwas anderes, jemanden vorzutäuschen, dass man ihn liebt und um da ranzukommen, was man eben möchte, als dann wirklich uns die Gefühle zu erzählen, die sie da empfindet und dieses Ringen mit sich. Ach, eigentlich müsste ich ihn hassen, aber ich liebe ihn. Und ja, das war mir irgendwie zu viel des Guten. Das war so ein bisschen wie so eine Dreiecksgeschichte, entscheide ich mich für den einen oder anderen, aber halt eben ohne den Dritten. Und das hat mich echt irgendwie genervt. Diese Gedankensprünge, die sie hatte, auf der einen Seite erinnert sie sich dann wieder an ihre Freundin, die wegen ihm sterben musste und dann, ach, hat er tolle Augen. Und nee, das hat für mich überhaupt nicht gepasst. Und ich hoffe, dass dieses Buch einfach keinen falschen Eindruck irgendwo hinterlässt, denn es ist absolut nicht in Ordnung, einen, ja, Sadisten zu lieben. Das finde ich einfach. Und es gehört auch für mich einfach nicht beschönigt. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu erwachsen und zu alt und habe vielleicht auch einfach was anderes erwartet. Es mag absolut sein, dass man davon einfach mal träumt, dass man da ein Ungeheuer hat und das dann vielleicht irgendwann so ist, wie man sich vorstellt und jedermann ist veränderbar. Nein, also so funktioniert bei mir einfach die Welt nicht. Und das fand ich einfach nicht toll. Und damit hatte die Geschichte eigentlich schon so einen Geschmack, wo ich dachte, ja, es war spannend und man wollte dann auch das Geheimnis von ihm wissen. Aber ihre Charakterwandel hat mir einfach nicht gefallen. Und dieses Angehimmel und jetzt möchte ich ihm auch gefallen. Und oh, er hat mich verletzt und oh, das war mir zu viel. Das hat nicht für mich persönlich zu ihr gepasst, wie ich sie mir vorgestellt habe und erhofft hatte, wie diese Geschichte eben weitergeht, weil ich mir eben einfach so Intrigen am Königlichen Hofe vorgestellt habe und einfach dachte, wie kommt sie an dieses Geheimnis? Und das Geheimnis wird gelüftet. Und auch hier kann ich sagen, mir hat das nicht gefallen. Für mich war es absolut keine Begründung. Für mich war es nicht verständlich. Für mich war es irgendwie unspektakulär. Und ich dachte wirklich, was, das ist es? Also, ja, es ist ein relativ offenes Ende. Also es wird ja eine Fortsetzung geben. Ich weiß nicht, ob zwei oder drei Bücher geplant sind. Für mich ist es kein Buch, wo ich die Geschichte weiterlesen möchte. Mir ist es vollkommen egal, was jetzt noch passiert. Und ja, also das ist absolut, ja, es war okay. Und das Setting war wirklich wunderschön. Da kann man echt nichts sagen. Auch die Sprache war schön. Aber mit dieser Protagonistin, das, da hätte ich ja lieber noch dem Kalifen näher kennengelernt und die Sicht aus seiner Dinge gehört, als diese ständige Hin und Her in ihrem Kopf. Also das war nicht so mein Ding. Leider, leider. Aber ich kann es halt auch nicht erinnern. Es war okay. Und ich glaube, dass, wenn man vielleicht andere Erwartungen an dieses Buch hat, wie ich, dass es dann eine schöne Geschichte ist. Aber ich habe mir da einfach Spielchen erwartet. Und wie gesagt, Intrigen. Und das wäre einfach so mein Wunsch gewesen. Und das habe ich nicht bekommen. Und das waren sie jetzt schon auch, die zwei Bücher der Woche, wo ich sage, bin ich absolut mit meiner Lesezeit sozusagen zufrieden. Und ab heute werde ich lesen. Ich habe es jetzt leider nicht früher gelegt. Es muss wohl an dir liegen von Myra McFarlane. Das werde ich zusammen mit der lieben Miriam von MJ Least lesen. Freue ich mich sehr drauf, dass wir wieder was Gemeinsames gefunden haben. Ich überlege jetzt auch schon die ganze Woche, denn mein Audible-Abo hat wieder Stoff. Und ich überlege schon die ganze Zeit, was könnte das nächste Buch sein, das du hörst. Ich habe drei, vier auf der Merkliste, kann mich aber nicht so recht entscheiden. Deswegen werde ich einfach mal noch so ein bisschen warten. Vielleicht heute noch ein bisschen stöbern. Oder mal gucken, was so ein bisschen als nächstes dann, ja, so Neuerscheinungen vielleicht herauskommt. Was mich reizt, was ich gerne dann hören möchte. Dann habe ich diese Woche die Happiness gelesen, die schon ein ganzes Stück bei mir eingezogen ist. Und ich jetzt diese Woche auch ein bisschen intensiver drin geblättert habe. Ich liebe absolut die Ausgabe. Also mit dieser gelb-orange-roten Sonne. Wunderschön. Und es geht auch eben um den Glauben an dich und die Stärke, die in dir steckt. Und war eine ganz tolle Ausgabe. Hat mir unglaublich gut gefallen. Habe ich wieder viel mit rausgenommen. Und auch den ein oder anderen Buchtipp, was ich mir näher anschauen werde. Und ja, also wieder absolut empfehlenswert. Und ich liebe diese Magazine einfach. Und die Happiness ist neben der Flow wirklich die, die ich absolut toll finde und ganz, ganz regelmäßig lese. Und vielleicht kann man mit dem Gedanken spielen, sollte mir da ein Abo dazu zu holen. Bei der Happiness, die gibt es aktuell auch in einem Doppelpack mit einem Malbuch. Das Malbuch liegt mittlerweile an meinem Schreibtisch. Da möchte ich demnächst auch mal wieder eintauchen. Habe jetzt schon ein ganzes Stück nicht mehr gemalt. Finde das aber absolut entspannend und schön. Und ja, mag eben, wie gesagt, auch einfach wirklich, ach, ist ja nicht schön mit der Sonne. Einfach toll. Dann ist ja heute Valentinstag. Und ich bin da kein so großer Fan. Und bin das auch, wenn ich in Beziehungen so bin, überhaupt nicht. Und halte von diesem kommerziellen Tag eigentlich gar nicht allzu viel. Aber es gab eine Aktion von, ja, von, 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 von einer Gruppe, wo man sich als YouTuber eben anmelden konnte und wurde dann beschenkt von einem Secret Valentine. So ist auch der Hashtag der Aktion. Und auch man selbst hat eben jemanden beschenkt. Man hat vorher erfahren, welchen YouTuber man beschenkt. Konnte sozusagen auch auf den Kanal gehen. Konnte sich das im Grunde anschauen. Konnte ein bisschen sehen, was hat er für Vorlieben. Und man konnte eben auch selbst angeben, was einen ein bisschen interessiert, was man gut fände oder was man vielleicht nicht gut gefunden hätte. Und so hat man eben von dem anderen auch erfahren, ja, was er gerne ein bisschen hätte. Und das Video von der, die ich beschenkt habe, von der Elisha Bar, kam bereits letzte Woche heraus. Das verlinke ich euch einfach mal in die Infobox. Vielleicht wollt ihr mal vorbeigucken, was ich so geschenkt habe. Und mein Paket habe ich dann ja auch hier auf dem Kanal schon ausgepackt. Und zwar am Donnerstag. Da könnt ihr gerne mal auch in die Infobox gucken, wenn ihr das Video noch nicht in der Abo-Liste gesehen habt. Ich habe unter anderem dieses Büchlein geschenkt bekommen. Lebe deine Träume an jedem Tag. Hier kann ich schon mal sagen, dass die CD, die dabei ist, wirklich ganz, ganz toll ist. Wunderschöne Melodien, wunderschöne Eindrücke. Und wirklich perfekt zum Lesen. Und ich habe jetzt hier auch schon in den Zitaten gelesen. Und ich mag ja so Zitate und Sprüche unglaublich gerne. Und zum Beispiel jetzt einfach mal aufzuschlagen, glücklich sind die Menschen, wenn sie haben, was gut für sie ist. Oder träumend plant der Geist seine eigene Wirklichkeit. Sören Kierkegaard. Ja, den kennen wir doch alle. Um ruhig zu sein, muss der Mensch nicht denken. Er muss nur träumen. Und da ist, glaube ich, absolut was Wahres dran. Da sind auch wunderschöne Bilder mit drin. Also ein ganz tolles Buch, wie ich finde. Und ich mag Zitate. Und es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Auch die ganze Aktion, dass man eben einfach ein Secret Valentine ist und so jemand anderen eine Freude macht. Und auch einem eben eine Freude gemacht wird. Und das hat mir wirklich einfach Spaß gemacht. Und finde ich einfach auch mal was anderes. Und dadurch, dass es dann auch so gemischt war, also dass so jeder jeden irgendwie erwischt haben könnte, fand ich persönlich wirklich toll. Also hat mir Spaß gemacht und solche Aktionen darf es gerne öfter mal geben. Fand ich auch einfach mal was ganz anderes. Also ja. Ansonsten, diese Woche war arbeitstechnisch ein bisschen lala. Aber okay, das ist eben manchmal einfach so. Sonst war diese Woche relativ unspektakulär, sehr ruhig. Was einfach auch mal sein musste, hatte ich so das Gefühl. Man braucht eben auch einfach manchmal die Zeit so für sich. Ähm, man konnte jetzt auf RTL 2 Game of Thrones Staffel 5 ansehen. Äh, da habe ich tatsächlich Freitagabend mal reingeschalten. Ich kann es einfach nie lassen. Ähm, ja, fand ich wieder sehr cool. Da bin ich sofort wieder in der Geschichte drin und würde am liebsten so den Büchern greifen. Aber ich gucke mal, dass das vielleicht ab nächster Woche dann losgeht. Und ja, ich bin da einfach im Fieber. Dann ist schon bekannt, dass am 25. April es eben auf Sky losgeht. Mit der 6. Staffel, äh, direkt ein Tag nach US-Veröffentlichung sozusagen auf HBO. Dann gibt es für Outlander, die zweite Staffel, mittlerweile einen Trailer. Da hat mich die liebe Wilja draufgebracht. Trailer und Kanal von der Wilja einfach auch mal in der Infobox, wer vielleicht Lust drauf hat, mal reinzuschauen. Ähm, der Trailer, den fand ich absolut genial. Ja, also ich habe Gänsehaut gehabt. Ich war total gefesselt und dachte, boah. Und jetzt liebe ich euch natürlich auch damit jetzt das zweite Buch zu lesen. Das habe ich ja noch nicht gelesen. Ich habe ja von Outlander, Feuer und Stein nur den ersten Teil gelesen. Eben auch Ende 2014. Damit ich eben für den Serienstart 2015 bereit war. Und weiß halt nicht so recht, lese ich es jetzt wirklich noch vorher. Und bin so sehr zwiegespalten mit mir, weil ich eben auch gerne einfach in der Game of Thrones Reihe weiterlesen möchte. Und irgendwie zwei so schinken, das ist natürlich schon, da macht man den ganzen Monat eigentlich nichts anderes. Ich meine, es hat ja jedes Buch irgendwie knapp 1000 Seiten. Da ist man ja wirklich locker drei Wochen, wenn es gut läuft, sage ich mal, beschäftigt. Oder hört man vielleicht Outlander einfach ein bisschen. Das sind aber relativ auch viele Stunden. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Vielleicht auch die gekürzte Version. Vielleicht habt ihr damit ja mit irgendwie Erfahrung. Könnt ihr mir da einen Tipp geben. Ansonsten fand ich den Trailer mega spannend und packend. Und auch da geht es wohl im April weiter. Dürfen wir uns also freuen. Der Frühling wird eben sehr serienfortsetzungslastig. Und ich freue mich da wirklich sehr, sehr drauf. Und bin total im Fieber. Und ja, auch Outlander ist natürlich echt eine ganz, ganz tolle Reihe. Und die Idee und so. Also, ja, wären die Bücher vielleicht nicht ganz so dick, hätte ich sie wahrscheinlich auch schon durchgesuchtet. Aber so 800, 900 Seiten, das liest man halt einfach nicht so weg. Das ist was anderes wie 300 Seiten oder 400. Also, ja, das schreckt einen halt auch mich so ein bisschen ab. Wobei, also wenn ich jetzt mal gucke, diese 700 Seiten von die Traumknüpfer, das war auch irgendwie so im Null weg. Also, das hätte ich auch gar nicht gedacht. Man hat da gelesen und wirklich das Gefühl gehabt, man hat 200 Seiten so im Null weggehabt. Also, ja, ist faszinierend, ne? Aber, okay, ich schweige schon wieder so aus. Ansonsten, ja, gab es, wie gesagt, nichts Spektakuläres diese Woche. Nein, ich glaube im Grunde nicht. Musiktechnisch bin ich absolut auf dem Ed Sheeran Trip. Ich habe ja das Album X, dieses grüne Album. Ist es grün? Also mit dem X vorne drauf. Und seit dem Trailer von Jujo Moyes Buchverfilmung ein ganzes halbes Jahr, wo er ja Photograph singt, bin ich wieder auf dieser CD. Also ich habe die ja, glaube ich, schon ein Jahr zu Hause und habe die immer wieder mal gehört. Und jetzt diese Woche aber wirklich auch wieder so ein bisschen, ja, egal ob dann im Auto, hier, wenn ich mal nicht, dann irgendwie Musik höre zum Lesen natürlich, einfach mitgehört. Ich finde das Album wirklich toll. Ist absolut empfehlenswert. Und, ja, ich glaube, ja, ich glaube, das war es so im Großen und Ganzen. Jetzt haben wir tatsächlich schon Mitte Februar. Was wird euch nächste Woche erwarten? Es wird auf jeden Fall die Woo-Vorschau kommen. Die werde ich heute noch drehen. Weil es ist ja schon wieder die vorletzte Woche des Monats. Es ist echt unglaublich, wie, also für mich persönlich wirklich, wie im Winter die Zeit vergeht. Kann ich auch nicht oft genug sagen. Da bin ich echt wieder, immer wieder erstaunt. Das empfinde ich im Frühling, Sommer, Herbst eigentlich nicht so. Es ist für mich wirklich so die dunkle Jahreszeit, wo sich irgendwie so ein Tag an den anderen reiht und man das Gefühl hat, man macht eigentlich nichts und trotzdem vergeht die Zeit so. Also es ist ganz komisch. Aber es ist ja nur gut, wenn die Zeit im Winter vergeht. Umso eher ist Frühling und man kann wieder raus und in die Sonne. Und da freue ich mich schon. Aber heute ist ein ganz guter Tag. Ein bisschen bewölkt, aber es hat vorhin auch schon ein bisschen die Sonne geschienen. Wir haben, glaube ich, sieben Grad. Also für Mitte Februar absolut in Ordnung. Dann ist es ja schon weit, soweit, dass in fünf Wochen, sind es fünf Wochen? Ja. In fünf Wochen die Leipziger Buchmesse ist und ich freue mich da tierisch drauf. Da kann ich vielleicht auch kurz was dazu sagen. Also ich werde den Samstag da sein. Ich habe ja eine Fahrzeit von ungefähr eineinhalb Stunden und habe mir den Samstag jetzt ausgesucht. Weil es einfach ganz praktisch ist, werde ich früh losdüsen und werde den Tag auf der Buchmesse verbringen. Termine und so haben wir noch gar nichts weiter angeguckt. Das werde ich so ein bisschen spontaner vorher machen und freue mich dann natürlich auch, andere Booktuber zu treffen oder dann eben auch Blogger, Zuschauer, Autoren. Und ich glaube, heute in zwei Wochen oder gestern zwei Wochen, am fünften, sind das drei Wochen? Nein, das sind drei Wochen. In drei Wochen ist ja das Bayerische Booktuber Treffen das dritte in Regensburg. Ja, am fünften März ist das und da freue ich mich auch sehr. Auch einfach die Leute wieder zu treffen, die man das letzte Mal in Nürnberg gesehen hat und das ist eben einfach so, ja, die netten Menschen. Die wohnen halt alle leider so ein bisschen weiter weg, aber da freue ich mich auch drauf. Also wie ihr seht, der März ist voll gepickt mit Terminen und dann habe ich im März zum Glück auch mal eine Woche Urlaub. Genau die Woche nach der Leipziger Buchmesse sozusagen. Also vor Ostern ist ja das und da freue ich mich auch drauf. Ja, bin absolut urlaubsreif und freue mich da auf Urlaub. Ja, aber jetzt denke ich genug geplauscht. Ich denke, wünsche euch heute einen schönen Valentinstag. Hoffentlich hattet ihr ein bisschen Spaß mit meinen Büchern. Schreibt mir doch gerne, ob ihr die Bücher vielleicht auch schon kennt, gelesen habt oder noch lesen wollt. Immer gerne in die Kommentare. Alle Infos findet ihr natürlich in der Infobox und habt einen schönen Tag, einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Eure Steffi.